Aber einer in eurer Mitte, der ist bereits seit diesem November 30 Jahre bei uns. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 30 Jahre. Nicht krank. Aus ihr für zu der Leide. Ist es schon so lange her? Ja, das ist echt schon so lange her. Aber man sieht es dir ja an.